Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josy mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Und das ist jetzt mal eine aktuellere Folge und nicht vom Schildi vorgeschlagen, das ist mal eine Ausnahme. Ja, ich habe die Videos, die er mir vorgeschlagen hat, schon alle geguckt jetzt und alle re-erectet. Deswegen geht es jetzt in den Videos weiter, die wir, die neu hochgeladen worden sind. Und heute geht es um den Solar-Irrsinn in Bayern. Denn Solarzellen und Solarenergie ist ja in aller Munde. Kennt man von den Balkon-Kraftwerken, die ja überall jetzt groß angepriesen werden. Und wir schauen uns mal an, was es da in Bayern mit auf sich hat. Bayern ist ja immer so ein bisschen besonders. So, wir wechseln mal rüber. Und da sehen wir schon einen Aktenordner. Und mal gucken, was es in dem Aktenordner gibt. Bayern steht nachhaltig unter Strom. Und über so viel positive Energie freut sich auch Martin Bichler. Ey, das ist, also das ist ein sehr übertriebenes Balkon-Kraftwerk. Nein, natürlich ist es kein Balkon-Kraftwerk. Es ist eine Solar-Farm in Bayern. Ja, doch, ja. Sehr vorbildlich, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt, ob er sich wirklich freut oder ob das nur wieder eine sarkastische Bemerkung der Sprecherin war. Für den Solarpark-Betreiber ist der Energiewandel Alltag. Zum Beispiel auf dieser 5 Hektar großen Anlage. Na, wie fließt es denn so? Also, ich denke mal, solange die Sonne scheint, fließt es gut. Und ich glaube aber, wenn ich das jetzt so sehe, bewölkt, könnte Probleme geben. Aktuell läuft die Anlage, wobei das bei der Bewölkung, die wir jetzt heute haben, auch kein Wunder ist. Moment, sie läuft? Und er regt sich darüber auf? Habe ich was verpasst? Ich dachte, es ist gut, wenn die läuft. Aber praller Sonnenschein wäre Ihnen doch bestimmt noch lieber, oder? Es wird hier heute die Sonne scheinen, würde die Anlage zu 100% durch den Netzbetreiber abgeriegelt. Okay, also dieses Beamten-Deutsch verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich hoffe, es wird noch erklärt. Weil zu 100% abgeriegelt, das hört sich eher an, als wäre es schlecht. Also zu 100% abgeschaltet. 170 Mal in 2022. Moment, 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 Moment. Wenn das Werk auf 100% läuft, also vollständig seine Aufgabe erledigt, geht der Netzbetreiber hin und schaltet es ab, weil... Weil? Könnte mir das bitte mal jemand erklären? Ich denke, das ist Sinn der Sache dahinter. Das ist wieder deutscher Irrsinn. Denn wenn die Sonne scheint, wird es im nahegelegenen Umspannwerk immer etwas spannend. Hier wird der Strom aus der ganzen Region gesammelt und im Fall, dass mehr eingespeist als verbraucht wird, müsste der Strom in dieser Richtung auf der Trasse Richtung Nürnberg weg. Und die Trasse ist seit Jahren zu dünn. Okay, also, damit wir das jetzt mal aufgedröselt bekommen. So, es gibt ganz viele Leute, die Sodarstrom dort machen. Das Umspannwerk, in dem der Strom in das örtliche Netz eingespeist wird, also gesammelt und eingespeist wird, ist aber nicht ausgelegt darauf, dass so viele Leute ihren Strom liefern, gerade wenn die Sonne scheint. Also, wenn Solarzellen perfekt arbeiten. Und weil sie das dann abführen müssten Richtung Nürnberg, was aber nicht geht, weil die Leitungen zu dünn sind, wird dann das Werk abgeschaltet. Das heißt, die Leute, die dafür Geld investiert haben oder Land zur Verfügung gestellt haben, dass auf ihrem Land Solarzellen stehen und die damit wahrscheinlich auch Geld verdienen, kriegen dann kein Geld, weil es wird ja kein Strom eingespeist. Ähm, ja, ja, das ist deutsche Bürokratie. Mit dickem Problem. Die Energie kann nicht abtransportiert werden. Tja, eben nicht alle Wege führen nach Strom. Und dann wird das nachhaltige Zeug irgendwie lästig. Außer, es gäbe einen nachhaltigen Energiespeicher. Wie praktisch, dass Peter Geigler aus Unterfranken genauso einen entwickelt hat. Pass auf, pass auf. Und der ist jetzt aber wieder nicht ordentlich genug oder gut genug oder günstig genug oder praktisch genug, dass man ihn einsetzt. Garantiert. Garantiert. Der funktioniert wie der Speicher einer Pflanze. Mit Flüssigkeit. Okay. Ganz ohne Lithium und andere Metalle. Die Suche nach nicht-metallbasierten Speichertechnologien ist sowas wie der heilige Gral der Energiewende. Ey, und er hat das geschafft. Das ist doch schön. Bitte unterstützen. Ich unterstütze das auch. Also ich würde es unterstützen, wenn ich es könnte. Kann ich aber momentan nicht. Bitte nimmst du das Kleingeld. Und weil Herr Geigler seine nicht-metallbasierte Speichertechnologie bald in Serie produzieren will, hat er beim Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung beantragt. Die abgelehnt wurde, warum auch immer. Und das unterstützt seine innovative Idee natürlich tatkräftig mit. Nichts. Ach so, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Herr Habeck, wollten Sie da nicht irgendwas machen und haben... Ja. So viel zum Thema Politik und wir gestalten Sie mit. Nein, wir gestalten Sie nicht mit. Wir dürfen uns in Deutschland einzig und allein auf eins verlassen. Wir dürfen uns aussuchen, wer uns ausbeutet. Und verarscht. Und eine Nase rumführt. Zumindest auf Bundesebene. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, wenn gewählt wird, geht wählen. Denn, solange ihr nicht wählen geht, habt ihr nicht das Recht, euch zu beschweren. Ich gehe regelmäßig wählen, ich darf mich beschweren. Also. Oh, ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Gut, dass es zumindest mit dem Ausbau der Trasse für Herrn Bichlers Solarstrom rucki zucki vorangeht. Hey, das ist ein iPad, ein iPad Pro. Mhm, ein großes. Ja. Das sieht aus wie das von meinem Mann. Nur mein Mann hat eine weiße Hülle. Ähm, nein, ähm, was wollte ich denn jetzt noch? Ich wollte doch irgendwas. Ach so, ja. Ähm, die Trasse wird ausgebaut. Äh, sie ist fertig 2037. Die Dimension des Netzausbaus mit der Beschränktheit und Begrenztheit von Fachkräften, von zunehmend Material und auch von Finanzen, führt in Summe dazu, dass dieser Ausbau eben in der Dimension, wie wir in der Zeit erachten, um die 10 Jahre dauern wird. Ha, habe ich es nicht gesagt? Hehehe, ich wusste es wieder. So, und jetzt habe ich eine ernste Sache. Er redete gerade vom Fachkräftemangel. So, ihr wisst ja, ich mache eine Umschulung. Ähm, ich mache eine Umschulung zur Fachinformatikerin Systemintegration. Und, jetzt kommt der große Witz bei der Sache. Ich bin auf der Suche nach einem Praktikum. Das brauche ich erst in 15 Monaten. Aufgrund einer dummen Sache, die hier in Frankfurt passiert, ist es so, dass die IHK sagt, ihr müsst mindestens, äh, nein, spätestens zwei Monate nach Start eurer Umschulung an den Praktikumsplatz vorweisen. Ähm, ist es halt so, dass ich momentan auf der Suche schon bin, obwohl ich ihn erst im Mai nächsten Jahres brauche. So, jetzt ratet mal bei 90 Bewerbungen, wie viel Zusagen für ein Praktikum ich bis jetzt bekommen habe. Richtig, nicht eine einzige. Ich habe bis jetzt fast 50 Absagen bekommen, mit dem Verweis darauf, ja, wir bieten keine Umschulungspraktikas an. Warum? Ja, das wissen wir nicht. Es ist einfach so. Es herrscht Fachkräftemangel. Dann kommen Leute, wollen diesen Fachkräftemangel mit ihrer Arbeitsleistung auffangen und helfen, dass der Fachkräftemangel auffällt. Aber ihnen werden grundsätzlich Steine in den Weg gelegt, sodass man nicht vorankommt. Und das finde ich traurig. Richtig traurig. Zumal ich vor kurzem einen Bericht vom Fokus gelesen habe, wo sich gerade hier in Frankfurt darüber aufgeregt worden ist, von IT-Firmen, dass sie IT-Plätze nicht besetzt bekommen, weil die Fachkräfte nicht da sind. Leute, wir Umschüler verarbeiten neun Monate lang für euch umsonst, ohne einen Pfennig. Ihr habt unser komplettes Wissen, unsere komplette theoretische Ausbildung, die wir schon hinter uns haben, dann für lau. Und ihr nehmt sie nicht. Macht euch darüber mal Gedanken, dass wir nicht nur gesagt haben. So, und jetzt gucken wir weiter. Nur noch zehn Jahre, bis auch bei Sonnenschein nachhaltige Sonnenenergie fließt. Bayern, eben einfach eine Trasse für sich. Ja, so ist das. In Bayern ist halt alles etwas langsamer und gemütlicher. Genau. Entschuldigung, das war der Fall, ich stehe weg, aber passt. Und, ähm, ja, äh, Herr Söder, äh, Sie sind ja da der Ministerpräsident. Machen Sie doch mal was. Ich denke, auch Sie sind daran interessiert, dass wir noch ein bisschen länger auf dieser Lebe, äh, auf dieser Lebe-Weltung, auf dieser Lebe-Weltung leben können natürlich, meine ich. Ähm, und, ja, das sollte auch unterstützt werden. Ähm, an den Herrn Habeck geht dann noch ein Hinweis meinerseits. Bitte mal in ihrem, ähm, 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 Ressort aufräumen und solche Sachen wie diese Akkus, äh, fördern. Wäre auch praktisch, damit Deutschland mal ein bisschen wieder nach oben kommt und nicht noch weiter in der Versenkung verschwindet. Äh, ich glaube nämlich, wenn das so weitergeht, brauchen wir in zehn Jahren nicht mehr diese Ausbau der, äh, Pipeline, weil, äh, dann sind wir wieder in der Steinzeit gelandet. Gut, so. Aber soviel dazu. Es war eine schöne Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Und wir konnten, wir haben wieder ein bisschen was gelernt, dass es in Deutschland doch nicht ganz so gut vorangeht, wie sich das so viele denken und gerne machen würden. Aber, äh, wir wissen, wie, wie heißt es immer so schön? Papier ist geduldig. Und manchmal ist nicht, nicht einmal das, was draufsteht, so viel wert, wie das Papier, auf dem es steht. Ähm, ja, ich konnte auch eine kleine Anekdote meinerseits erzählen, die aber leider wirklich so wahr ist, ähm, ohne Mist. Ich hoffe, dass ich in den nächsten drei Wochen noch meinen Praktikumsplatz finde, weil sonst sieht es lau aus für mich. Ähm, zumindest was die Umschulung angeht. So, aber wir wollen uns natürlich nicht ganz davon, äh, runterziehen lassen. Deswegen von mir, wenn ihr euch das Video gefallen hat, ein Däumchen hoch. Würde mich freuen. Auch ein Abo und eine aktivierte Glocke wäre schön. Leider, äh, kommen alle drei Dinge auf meinem Kanal immer viel zu kurz, obwohl sehr, sehr viele Leute sich diese Videos gerne wohl angucken. Und ich freue mich darüber, dass ihr die anguckt. Würde mich aber halt auch darüber freuen, wenn ihr ein kleines bisschen Unterstützung gebt. Euch kostet das nichts, mir hilft es. Und es wäre schön, damit ich weiterhin das für euch machen kann. Genau. Und, ähm, wenn ihr Ideen, Kritik, Anregungen, Vorschläge oder sonst irgendwas habt, was ihr da lassen wollt, unten damit in die Kommentarsektion. Und, ähm, dann sehen wir weiter, was daraus wird. Und, ja, äh, in der Videobeschreibung ist auch noch das Originalvideo verlinkt. Dann könnt ihr das Ganze drüben auch bei den Kollegen von Extra 3 machen. Mir bleibt jetzt dann nur zu sagen für heute, danke fürs Zuschauen und tschüss, sagt euch eure Josy.